Was machst du da? Ich hab gerade diese sogenannten Apps entdeckt und das ist jetzt alles, was ich mache. Ich hab ne saukohle Bowling-App hier. Oh ja, Strike! Dein Handy streamt auf den Fernsehbildschirm. Du guckst eindeutig Pornos. Also schalt das ab. Ich bin mittendrin. Ich will noch fertig machen. Peter! Ich werd fertig machen. Geh da rüber. Wir schaffen das, Lois. Wir zwei. Wo gehst du hin? Oh, ich treff nur jemanden von meiner Grindr-App. Ist das nicht für anonyme Schwule treffen? Nein, nein. Das ist für Typen, die gern gemeinsam Sandwiches genießen. Bist du Fleischwurst-Fan? Aha. Dann legen wir los. Und bist du auch verheiratet? Chris! Was ist denn bloß mit dir passiert? Mutter! Vater! Ich habe beschlossen, mich chemisch kastrieren zu lassen. Warum machst du denn so'n Scheiß? Jetzt hat niemand mehr einen Grund, mich zu fürchten oder für pervers zu halten. Und das bedeutet, dass mich alle wieder normal behandeln können. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Mein Sohn ist eine...